Hast du das Fass mit? Ne, ich hab das Fass mit. Achso. Hast du kein Gas jetzt zuhause? Wuhuuu! Das schießt ja. Ja, ich kann das verstehen. Wenn dir heutzutage das Gas senkt, ist das ok. Ähm... Jetzt ist er hoch. Ja, ich hab das jetzt nicht mehr so ausgelöst. Ich hab das nicht mehr so ausgelöst. Ja, wenn ich noch komme, dann kann ich das nicht mehr. Ich hab das nicht mehr so ausgelöst. So, jetzt kann ich noch ein paar Dinge gehen. Ich hab mal einen Schuss ausgelöst. Nö, ne? Da sind die Boller. Da sind die Boller. Auf und wo? Pum, sind ja zwei. Ungefähr. Schütt ja immer noch dazu. Das ist nicht möglich, ich halte sie. Sehr schön. Wie ist jetzt, äh, heute? Wir sind zurückgeschossen. Von Sunny. Das war's, Bo. Okay. Du bist jetzt wieder allein. Okay, das hätte ich mir wirklich ein bisschen schwierig für uns. Ja. 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 Das ist eine gemeine Falle, wenn die keine ist. Hm. Als wenigstens Fallen raus, äh, Zacken rauskommen würden. Komm schon. Wie kommt das denn da hin? Da müssen sie eine holen. Das ist ein seltsames Loch. Seid ihr okay? Nein. Zumindest in einem Stück. Kommt, ich glaube, wir haben etwas. Schön, dass ihr okay seid. Gleichfalls. Prost. Und Geronimo. Gut. Das ist die Wand. Das ist die Wand. Okay, der Eingang zur Gruppe sollte irgendwo hier sein. Und? Was sagt der gute Lawrence dazu? Oh, bless you. Gar nichts. Thank you. Weiter kann man nicht. Und wir sollen... Oh! Ha! Oh! Oh! Super, Andy. Ey, mein Freund. Was haben Sie jetzt? Und eine... Okay, eine Wand muss jetzt doch hier... Genau das... Zu einem anderen Reich. Einem Heiligtum, ähm... Eine Opferstätte. Oh, das hört sich spaßig an. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, man muss das gar nicht finden, sondern man muss dann aber so lange suchen, bis die Zwischensicht ganz kommt. Ja, okay. Echt, ja? Ja. Geh mal um die Ecke noch. Und dann müssen Sie es eigentlich... Ja, es war die Bitte. Aber... Ja, jetzt ist es doch hier, ne? Genau. Und jetzt, wenn du dann nichts findest, genau. Jawohl. Schon ein bisschen doof genüssig im Spiel. Ach, dass sich selber passiert, oder was? Oh, guck mal. Nein. Geben Sie sie mir. Danke. Das Tagebuch. Danke. Trau niemals, Drake. Wo ist eigentlich Charlie? Wer weiß. Nein, nein, nein. Shit. Er ist weg. Was zur Hölle? Hey Charlie, bist du okay? Charlie? Was zur Hölle? Schaut euch das an. Oh Mann, was soll diese Geheimagenten-Scheiße? Hoffen wir mal, dass die Dosis nicht zu hoch war. Oh nein, 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 nein. Oh Mist. Bleib ruhig, schau mich an. Charlie. Hier. Los, wir müssen jetzt weiter, okay? Ich muss mich los. Hau bloß ab. Niemand will dich anfassen, Charlie. Was zur Hölle war in dem Fall? Hey, dein Gesicht blättert ab. Tja, was auch immer es war, jetzt hat er üble Haar los. Charlie, hör zu... Hey, alles ist... Hau ab! Ha! Ich lass mich nicht mitnehmen. Hey, niemand nimmt dich irgendwo hin mit. Komm, komm doch einfach mit uns, okay? Ja? Ja? Oh nein, der Boden schmilzt. Sehr lieber Heim. Alter. Wie? Wir müssen irgendwie den Grufteingang schicken. Wie machen wir das? Na, Charlie hatte eine Spur. Ich weiß nur nicht genau was. Der Zauberstaat. Der Smarcius. Oh Mann. Das ist super. Wenn ich nachdenke. Okay, ähm, hermetisch. Vom griechischen Hermes, was Säule heißt. Ja, das wissen wir schon. Die sieben Säulen der Weisheit? Zwischen Gnade und Härte. Wartet. Wir haben es missverstanden. Es ist nicht der Raum zwischen den Säulen, sondern die mittlere Säule. Balance. Was? Das stand in Charlies Buch. Die Säule der Balance zwischen den beiden Extremen. Zwischen Schwarz und Weiß, Wasser und Feuer, Mann und Frau. Der Mittelweg. Der Mittelweg. Charlie ist ein bisschen fertig, ne? Mhm. Okay. Ja, aber du hast recht. Ich finde es doof, dass man alleine durch dieses Angehung dazwischen kann. Das Wetzel lösen kann. Das ist so blöd, ne? Ich finde es halt ein bisschen komisch gemacht, dass wir halt nur, wenn wir um die Ecke gehen, wirklich den Landkreis auslösen, die dann auf das führt. Ich weiß nur noch, dass mich am Anfang, also beim ersten Mal durchspielen, das sehr, sehr sehr gut ist, dass dieser Talbot jetzt unseren Charlie so mitgenommen hat. Okay. Ihr geht vor. Ich helfe Charlie. Alles klar. Ist ja eigentlich sympathischer Garant, aber es nervt schon ein bisschen. Was? Da loskommt man. Alles gut. Wohin bringst du mich? Wir gehen einfach hier durch, okay? Wieso machst du das? Keine Sorge, Mann. Fass mich nicht an! Alles okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig, Charlie. Okay. Sind durch. Warte. 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 Geht weiter. Ich mach das. Wir leuchten dir den Weg. Komm Kumpel, gleich gefahren. Womit denn? Habt ihr zählt, oder? Oh Gott. Oh Gott. Immer mehr heiß. Es wird enger. Aufhören. Halt. 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 Ich weiß nicht. Mein Gott. Oh Gott. Ich kann nicht atmen. Scheiße. Oh Gott. Ich kann nicht atmen. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Scheiße. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Hiro, bin schon getextvoll. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt geht er los. Hm. Now it's getting crazy. Oh Gott. Oh Gott. Charlie Lux, komm schon. Nur noch einen? Hey, warum wird das schon vorher? Lass mich. Ja, verwandt. War? Ja, dieser ist schon. Oh Gott. Nein, gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Warfei-Einten. Ja! 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 Pfle, deine Augen mehr? Das ist ja. Das ist ja nicht so. Ja! 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 Das meine ich, dann ist Feuer, ja. Warum ist er schon gerendet? Ooi! Ooi! Fektor! Hilfe! Charlie! Nein! Stopp! Cutter! Mann! Schalte! 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 Nein! Nein! Was machst du? Nicht! Charlie, du erwürgst Nate! Okay, du musst zuhören! Du! Erwürgst Nate! Charlie! Schalte! Oh my God! Kau. Kau! Oh my God! Kau! 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 So jetzt aber muss doch schon den DYE gewesen sein... Wolltest du mich wirklich erschießen?! wie einlläuligen Hund wow auf ein neues ich gehe zuerst folge ich dir nicht den rücken zu nach dir und dann hältst du mir die knarre an den kopf und ich rauch zigarre mit winston schütteln seid nett jungs ja kommt schon ihr habt es fast hallo schauen wir ab die suchen uns bestimmt kam das jetzt echt ja ja okay das wäre das nächste über die gebraucht aber das dauert der ganze raum dauert ja schon ein bisschen länger ist es ist es ein globes müssen müsste sich drehen lassen oder es ist mehr als nur eine kraft 30 ja womit ich die restliche episode verbringen ja gut nicht immer wieder zu hoch was ist halber gegeben weißt du noch was weiß er das hat nicht ja auch okay das noch nicht wir müssen rausfinden wie wir es noch nicht machen wir haben noch nicht schau mal der kanal erst hier links hoch Momentchen mal ich weiß nur hier irgendwo einen Schatz an der Wand aber es kommt ja noch nicht oder war denn unten ja aber macht das geht alles mal lass mich würde ich vorschlagen lass mich lass mich da ist eine treppe da siehst du schon gesagt dass eine treppe da gehe ich nur hoch ja machst du das okay damit hätte ich gar nicht gerechnet die lassen sich sicher entzünden oder mann aber der brennt zurück wir sehen auch die projektionen die markieren positionen auf dem gloruss erzähl mal dann suchen wir die anderen okay die vorstehe mal da kommt ja gerade noch auf zwei eine gibt's noch tja das könnte auch eine felle sein können was kommt noch zwei noch eins one more er ist dann als letztes brennt aber schneller ohne brandverschleunigung passt irgendwie auch nicht muss ich das jetzt schon machen ok dann mach ich das jetzt ja guck mal hier ist noch ein Weg bist du da ganz einfach Endroff gekommen dass du das jetzt machst? oh ok ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich denke nicht das Wasser oh nein bitte bitte sag mir dass du die auch siehst was denn? wenn du aufmachst halt sie fern wirklich bleib im licht des Feuers was machst du? wenn ich renne sollte ich es über dieses Becker schaffen wie bitte? ich mach dir den Weg frei wenn ich da bin wenn du da bist du bist bereit das Wasser muss fließen hast du die beste Idee? 30 Kilometer weiter weg ist aber wir kommen sofort Nate würde Nate ein bisschen Reis aus ja ist auch ein bisschen gartig mhm mhm